Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem Angezock von NMB Rails und heute stellen wir dieses Spiel aus dem Steam Workshop vor, was einen ganz interessanten Touch reinbringt, so in diese Transport-Games, in diese Nische mit dem interessanten Feature, dass man tatsächlich in der echten Welt spielt, auf der echten Weltkarte sozusagen und das können wir uns direkt ansehen, wenn wir hier mal ins Spiel rein starten, hier seht ihr die echte Weltkarte, da wo ihr normal rein startet, ihr könnt hier überall hingehen und euch irgendeinen Ort aussuchen und dort dann eben eure Transportfirma aufbauen, wir können hier zum Beispiel nach Hawaii gehen, Honolulu, die Hauptstadt des Landes, das mit tatsächlich so auch selten passiert bisher und dass wir da so weiße Blöcke haben, aber ja, wenn ihr hier weiter reingeht, guck mal, ihr seht hier teilweise sogar die Namen von irgendwelchen Parks und irgendwelchen Statuen und sowas, das ist schon sehr detailreich, wir haben natürlich die ganzen Straßen drin, das ist ja vor allem wichtig und man kann hier zum Beispiel auch ein Population Layer einstellen und dann seht ihr quasi wie viele Leute irgendwo wohnen theoretisch oder halt wie viel dort eben transportiert werden, das ist wichtig für den Einflussbereich und quasi euer zentrales Element, nachdem ihr am besten eure Routen auswählen solltet. Ansonsten haben wir hier eben die drei Reiter-Tracks, Lines und Trains, wir fangen natürlich bei den Tracks an und wir können ja jetzt zum Beispiel zum Anfang mal, ich habe jetzt nicht so die super Übersicht, aber wenn wir hier raussuchen, was ist denn so eine Möglichkeit, wir könnten beispielsweise von Kapolei nach Honolulu eine Zugstrecke aufbauen, das wäre doch mal eine Idee, dafür geht ihr hier zunächst auf die Station Platforms, hier könnt ihr eben eure Höhe auswählen, hier könnt ihr auch quasi unter die Erde gehen, natürlich für Metro Lines und sowas, dann spannend und hier könnt ihr auch dann Brücken quasi erstellen und sowas. Ich würde sagen, hier haben wir sehr viel Platz, das ist ein Golfkurs, weiß ich jetzt nicht, okay, dann vielleicht gehen wir, genau, ihr könnt das quasi machen, weil ihr könnt auch quasi sagen, ich baue hier jetzt mein, okay, da jetzt vielleicht nicht, so, so solltet es gehen, so könnt ihr sagen, ihr baut ihr dann euren Bahnhof hin. Ich persönlich würde das nicht so machen, ich versuche halt dann bei sowas auch ein bisschen mit Realismus zu spielen, dafür ist das Spiel auch so ein bisschen gedacht, also man, wenn man keinen Bock auf Realismus hat, dann ich glaube, dann kann man es sich auch quasi schenken. Also ich hätte gerne Highspeed, aber halt, ja genau, auf Ebene Level und wir haben hier zum Beispiel dann doch relativ gut Platz, machen wir mal 300 Meter draus, komm, 301 ist auch egal, das macht es jetzt tatsächlich nicht unbedingt aus. Und dann haben wir hier den Einflussbereich, ihr könnt auch den quasi verändern, so ein bisschen, wie ihr das realistisch empfindet, ich kann zum Beispiel sagen, so finde ich es halt zum Beispiel auch realistisch, dann mache ich es so. Dann könnt ihr hier auch so einen Namen auswählen, ihr könnt die auch selber eingeben, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Und dann sagt, ich brauchen wir einen nächsten Bahnhof vielleicht hier, da ist derzeit nur 250 Meter lang, da haben wir ein Problem mit dem Bahnübergang, das haben wir jetzt aber hinbekommen. Dann wird es spannend langsam, vor allem weil wir gar nicht mal hier so die eigentliche Population so abdecken. Ich hätte halt irgendwie Bock hier rüber zu gehen, sei es drum, ich glaube, dann lassen wir Sand Island einfach komplett aus und machen unsere nächste Station hier an den Flughafen. Also hier, wie gesagt, da kann man schon ein bisschen drauf achten, die ganzen Leute sind halt dort. Ich hatte jetzt ursprünglich gedacht, das hier vielleicht rüber zu machen und dann darüber zu gehen, aber ich glaube, hier ist es dann doch realistischer. Dann machen wir es jetzt einfach erstmal hier hin, dass es ein deutlich längerer Bahnhof ist, aber auch, naja, komm, wir machen es so. Dann können wir vielleicht hier nochmal underground gehen oder sowas. Das können wir dann eben gleich nachschauen. Dann haben wir hier Iroquois, Polen, aber ich glaube, das können wir übergehen. Und gehen dann hier direkt mal weiter. Hier wollten wir hin nach Capulay. Vielleicht nehmen wir dann noch den Airport hier mit. Das könnten wir hier nicht hier. Ist das ein Park? Okay, ja. Machen wir jetzt. Dann machen wir hier den Bahnhof hin. Und dann machen wir noch einen nee, so, so. Und dann quasi, ey, hier ist auch wieder nix. Machen wir den Endbahnhof da mal eben dorthin. Genau. So, und jetzt habt ihr hier da eure Bahnhöfe. Natürlich, das ist kein gutes System, was ich hier jetzt gerade aufgebaut habe. Das war ein bisschen spontan. Nehmt euch daran bitte nicht unbedingt ein Beispiel. Und könnt jetzt quasi die Schreck miteinander verbinden. Ihr müsst halt hier ein bisschen aufpassen mit den ganzen Straßen, dass ihr halt richtige Übergänge schafft. Ich kann jetzt zum Beispiel hier rumgehen. Was mich tatsächlich ein bisschen stört hier in dem Game bisher, ist das Kurvenfeature. Ich finde die Kurven meistens nicht so gut gelungen. Das ist so bisher ein Problem, womit ich ein bisschen hader. Aber ist vielleicht halt auch nur so eine Kleinigkeit. Kommen wir da rüber. Das ist halt das, ja. Wenn ihr ein Streckenpapier löschen wollt, dann macht ihr nicht das, sondern geht ihr hier auf diese Nodes quasi und löscht die. Ich würde gerne mir halt noch eine Brücke quasi sparen für spätere Parts. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Habe ich jetzt gedacht, dass wir das so machen. So geht das. Ich hatte es noch dran. Und dann solltet doch jetzt eigentlich grundsätzlich erstmal ein Stückchen geradeaus gehen. Und das ist quasi das, was ihr dann die meiste Zeit über machen könnt. Wir haben wieder das Problem, dass wir da so den richtigen Winkel treffen müssen. Und ja, wir dann eben hier auch quasi auf diese Geschwindigkeiten achten. Das wäre zum Beispiel ziemlich schlecht. Also gerade vor allem hier mit 47 Stundenkilometer ist das mehr als suboptimal. Und dann haben wir hier auch wieder ein Riesenproblem mit den Straßen. Da könnt ihr euch natürlich deutlich bessere Gedanken machen. Und jetzt wollen wir dorthin. Ich hatte immer noch im Kopf, dass wir hier irgendwie langen wollen. Und ich glaube, das wäre jetzt mal an der Zeit, einen Tunnel zu bauen. Und da habt ihr natürlich ein bisschen mehr Freiheiten, aber es ist auch ein wenig teurer. Ist ja klar. Macht schon Sinn. Ja, und dann hier mit den Kurven ist so, naja, die ich weiß nicht, die gelingen da nicht immer so optimal. Finde ich irgendwie dieses Feature, wie das hier mit den Kurven funktioniert, nicht perfekt. Ja, aber es hat jetzt gut geklappt. Wir haben hier den Tunnel, da geht es dann wieder raus und wir sind an unserem nächsten Bahnhof. Ich werde jetzt nicht die ganze Strecke machen, weil es sonst ein bisschen lange dauert. Und ich jetzt erst mal euch das Line-Feature zeigen wollte. Ihr könnt hier eine Linie eröffnen, hier Namen geben und Base Ticket Price und alles mögliche einstellen. Ich nenne sie jetzt mal einfach Hawaii 1. Hier könnt ihr dann eine Farbe auswählen und dann hier sagen, wer soll auch bitte gleich dann laufen. Hier könnt ihr so Text eingeben, damit findet ihr dann die Sachen wieder. Default Timings, könnt ihr einstellen, wie schnell und wie was weiß ich, alles mögliche. Add Stops to Line, das ist jetzt wichtig. Ihr müsst hier noch die, ich habe noch einige Probleme auf meiner Strecke scheinbar, achso, hätten wir das geklärt. Wichtig ist die Blueprints auch zu bauen dann tatsächlich. Ihr baut quasi so einen Editor-Modus, Blueprint-Modus eben und dann müsst ihr die halt auch noch bestätigen, dass sie auch wirklich gebaut werden. Genau, hier gehen wir dann wieder zurück. Das ist, bietet jetzt hier einen Loop mit diesen drei Stationen. Hier seht ihr dann, falls irgendwas schieflaufen sollte, das tut es zum Glück jetzt nicht. Dann braucht ihr natürlich einen Zug, ich habe auch ein paar jetzt hier vom Steam Workshop, lasst euch dadurch nicht irritieren, das sind wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ob die gerade hier angezeigt, nee, ich glaube, ich hatte die nicht ausgewählt, also alles gut, das sind die glaube ich alle vom Base Game und dann könnt ihr hier euch angucken, was halt für Züge am besten passen. Zum Beispiel der hier sieht auch ganz okay aus, könnt ihr auch noch einen Decal ändern und die Farbe ändern und den Narben und sowas, das brauchen wir natürlich jetzt nicht. Hier haben wir unsere Linie ausgestellt und dann fährt der Zug schon los, weil wir das so eingestellt haben, also die Linie haben wir direkt hier auf Service Level voll gestellt, das heißt, hier können wir jetzt unseren Zug schon ansehen, der in Honolulu Country beginnt loszufahren. Ihr seht dann hier beispielsweise die Umsätze, ihr könnt hier auch zum Beispiel sagen, ja, der Packs Demand Faktor, den stellen wir ein bisschen hoch, geht hier ein bisschen zu wenig ab und dann seht ihr auch schon, hier geht es jetzt richtig ab, weil ich hier 900% eingestellt habe, ihr startet eben mit den 25 glaube ich waren es genau und dann versucht ihr damit natürlich auch ein bisschen Geld zu machen unsere Linie hier sollte jetzt glaube ich gerade ziemlich unlukrativ sein, wir können jetzt hier zum Beispiel auch mal ein Base Ticket Price einstellen von vielleicht 5 oder so hier habt ihr dann eure Übersicht über eure Züge, die könnt ihr dann auch zum Beispiel in ein Depot stecken, das geht nämlich so, wir haben hier auch die Möglichkeit ein Depot zu bauen, jetzt haben wir hier wahrscheinlich kaum noch Platz haben wir ja wird eng dann baue ich das jetzt hier einfach mal hin damit wir ein bisschen Platz haben und ich euch das einfach mal zeigen kann sollte natürlich auch so lang sein dass da euer Zug halt eben reinpasst und dann könnt ihr folgendes machen Highspeed ihr könnt die so verbinden wobei so nicht weil das hätte jetzt nicht funktioniert aber ihr könnt auch so machen und dann eben solche Track Branches beispielsweise einstellen hier könnt ihr dann zum Beispiel das ist das ist eine anspruchsvolle Kurve würde ich mal sagen hat jetzt nicht so super funktioniert ich habe mir jetzt nicht sehr viel Platz gelassen aber genau sowas könnt ihr machen ihr könnt auch Signale einfügen beispielsweise und auch bearbeiten da bin ich jetzt nicht so ganz drin gewesen in dem game habt das ja auch noch nicht so lange und hier könnt ihr auch eure station tatsächlich bearbeiten finde ich ein ziemlich cooles Feature theoretisch aber ich glaube es ist mir einfach ein bisschen zu viel Arbeit ich bin ehrlich da stecke ich nicht so viel Energie rein auch wenn ich gerne so in vielen Städtebauspielen sehr schön baue und mir das sehr viel Spaß macht so ästhetisch und so das Ganze auch herzurichten ich glaube hier für dieses Spiel ja da liegt einfach der Reiz darin ja auf einer echten Karte verschiedene Orte miteinander zu verbinden und einfach so seinen vorstellenfreien Lauf zu lassen vielleicht auch eben was einen ja in seinem eigenen Heimatort irgendwie stört quasi dann zu fixen also ich kann jetzt hier wirklich reingehen nach was haben wir hier zum Beispiel Coburg wenn ich jetzt aus Coburg kommen würde und kann jetzt sagen ja ich finde aber meine Stadt braucht ein Ubernetz beispielsweise so und dann kann ich hingehen und Tram Underground so haben wir das geht nicht zeig was man auch machen kann hier kann man verschiedene Tracks auswählen wenn man eben die also wenn man beispielsweise mit Mods arbeitet die sind ja auch gut vertreten dann kannst du jetzt zum Beispiel gut eine Metro bauen das habe ich jetzt schon gemacht ansonsten muss man glaube ich gucken dass man da den richtigen Track aus ja das funktioniert doch wir haben Tram wir haben Tram Underground so und dann kannst du hingehen und dann kannst du auch eben so eine Station bauen hoppala hey der Witzger da hat es aber ein bisschen geleckt das ist eine schöne U-Bahn-Station genau und das ist einfach so ein bisschen der Reiz an diesem Spiel da auch wirklich in der echten Welt ja sich so das Ganze zu bauen wie man sich das vorstellt man kann auch hier richtig übertreiben und wirklich von New York nach Los Angeles richtig fette Zugverbindungen bauen das geht alles auch ich würde empfehlen das vielleicht dann Unlimited Money einzustellen weil ich glaube das könnte ziemlich aufwendig werden aber ihr könnt es natürlich auch versuchen das ist eine Challenge definitiv dann könnt ihr das Game ein bisschen laufen lassen und wie ihr seht wir machen tatsächlich Profit mit dieser einen Linie das ist doch super cool aber wir haben auch ein bisschen gecheatet in Anführungszeichen mit unserem Demandfaktor das ist nämlich Welt was ich mir letztens im Sale zugelegt habe es ist glaube ich gerade immer noch im Sale könnt ihr vielleicht mal schauen je nachdem wann ihr natürlich das Video schaut ich danke euch herzlich fürs zusehen und ich würde sagen es ist ein echt cooles Spiel wenn euch eben das angesprochen hat was ich euch in diesem Video gezeigt habe dann ist es natürlich eine Empfehlung wert wenn ihr sagt aber es ist ganz nett aber für mich ist es nicht ich spiele lieber Transport Fever mit quasi richtig 3D Modellen wenn es halt nicht die echte Welt ist aber wenn es halt irgendwie ein bisschen realistischer aussieht alles und nicht so in diesem Comic Maps Stil dann ist das natürlich eben ja es ist einfach typabhängig und ich wollte es einfach vorgestellt haben hoffe euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im Namen der nächsten Videos wieder